Die hauen schon ab. Okay. So langsam kommen wir zum Ende. Ich spiele jetzt noch ein Stück Gitarre und beziehungsweise Frau Klima liest dazu noch ein Gedicht und ja, wir haben es ein einziges Mal geübt, also ob das klappt, weiß ich jetzt auch nicht. Doch, das hat geklappt. Ja, gestern hat es geklappt. Ja und jetzt darf ich endlich Lyrik. Wir haben Sommer. Schon deine Form betört mich. Ich berühre dich, fühl dich, halte dich sanft in meiner Hand. Goldgelb bist du. Dein Duft, fruchtbarer Herbst, wenn die Sonne pflegt, nicht mehr verbrennt. Ich führe dich zu meinem Mund. Lippen spüren, frische Kühlen. Mein erster Biss lässt deinen Saft auf meine Zunge fließen. Biss, frische Kühl, frische Kühlen. Hör nicht, dein Fleisch. Weiß, die süße Kraft vollendet sich Auf meiner Zungenspitze schmeck ich dich Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank, es war sehr schön mit Ihnen. Dankeschön, es hat wirklich Spaß gemacht. Danke. Also ich möchte auch nochmal Danke sagen, ich bin begeistert, das letzte Mal war hier im Chor, ich bin in die Luft gesprungen, habe ich gerufen, das war spitze und ich sage mal, das Top habt ihr heute auch getoppt. Also herzlichen Dank dafür. So, nochmal eine Anmeldung, also eine Information nochmal, im nächsten Monat steht es drin, übrigens die Geschichte auch ein bisschen hier, ich habe mal eine Chronologie gemacht, des Königsteichs der letzten fünf Jahre und wer das hier erlebt hat, der weiß, wo es losging und wo wir heute stehen. Und das habe ich auch mit Bildern so ein bisschen belegt und textlich natürlich auch und das kommt jetzt am Sonnabend, Freitag, Sonnabend, nächsten Montag, wird der Moritz verteilt und dann können Sie das auch vielleicht nochmal nachlesen. Und da steht übrigens dann auch das Programm drin, wir machen das bis zu den Herbstferien, wenn nichts dazwischen kommt, ja, aber wir halten ja hier, wir sind ja alle ganz lieb hier alle. Und nächsten Sonntag, da kommt ein Straßenmusikant, der Franz Krawinkel, mit einer Stimme, ich glaube, da werden die Herzen unserer Frauen zerbrechen und die Männer begeistert sein. Nein, also ganz toll, übrigens auch eine tolle Stimme, Frau Klima, also ein Kompliment dafür und toll gelesen und Herr Griesmann hier, Ihre Gitarre, also ich habe nicht so viel Ahnung, aber ich fand das also toll. So, und dieses Programm, wie gesagt, ist dann nächste Woche mit den Straßenmusikanten hier und am 29. singt der Chor vom Berge, also Teile des Chors singen da und dann kommt wieder Wolfgang Ernst und Olaf Senz. Also der eine spielt Gitarre oder beide spielen Gitarre und teilweise der andere noch Trompete. Also haben wir ein bisschen länger das Programm und wie gesagt, nächste Woche, weil der Herr Kramikel vorher noch einen Termin hat, 16.30 Uhr, ja, also 16.00 Uhr etwas später, aber wer 16.00 Uhr hier ist, ist ja auch schon gut, 16.00 Uhr hier ist. Also es geht immer weiter, immer weiter, immer wieder, sonntags kommt ein Programm zum Moritzberg. Ich denke, es ist eine gute Alternative für das Open Air, das wir im August hier nicht stattfinden lassen können, aber vielleicht dann nächstes Jahr hoffentlich und jetzt zehnmal so und wie gesagt, mit den Spendengeldern habe ich auch schon eine ganze Menge reinbekommen und die Künstler und die Interpretäten, äh Interpretäten, die hier aufgeschlagen haben, waren auch alle zufrieden. Also, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag und kommen Sie wieder und lasst Sie überraschen und toi, 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 Gesundheit. Tschüss. Vielen Dank. Alles gut? Ja. 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 So, das sind natürlich normale, die Leute. Aber sonst gehen wir noch und die Ecke. Ja. Ich denke mal. Ja. Ja. Vielen Dank.